Grüße aus Mbaba, Shop von Sefin, bester Friseur von ganz Berlin, das ist eine Palmenfrisur und an alle, die es noch nicht wissen, das Buch, also nur das Buch alleine, ist jetzt online. Ich glaube, wenn man das nicht selber gelebt hat und ich habe seit 2016 wirklich, war ich im ... das hat schon einen Sinn, warum. Walling up here the more button, which is also available offline in flight mode. ... Tape, die da nähe. Oh, ey, ey. Na na, na 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 na. Grüße aus Barcelona, immer wieder was Gutes, Isar am Start, Hermann. Was ihr hier seht, ist offiziell unsere eigene R-Kosmetiklinie. Hergestellt von meiner Mutter und meiner Schwester, selbst hergestellt, handgemacht, 100%ig, kriegt man im R. Das hier ist das matte Haarwachs, werde ich direkt testen. Das hier ist Natural Shampoo, Natural Shampoo kleiner. Dann haben wir Badöl, Barbe Bleu, Tattoo-Balsam, Aftershave-Milch, Tattoo-Creme, alles mit Cannabis-Sammenextrakt. Richtig heftig. Jetzt ist das Haarwachs. Und der erste offizielle Test, erster offizieller Test, tip top. Richtig heftig. Richtig heftig. Richtig heftig. Vielen Dank.